Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Das ist eine Testaufnahme jetzt hier mit dem Du-Recorder und ich weiß noch nicht, wie ich damit klarkomme. Ich möchte jetzt mal diesen Band heute besprechen und versuchen, ob ich damit hier mit dem Tablet irgendwie eine Buchbesprechung hinbekomme. Also der Band wurde geschrieben von Takumi Matsumara. Es geht um Gesundaltern und Gesundaltwerden. Also wie kann ich gesund alt werden? Und zwar geht es um die sieben Geheimnisse der 100-Jährigen aus den Blutzonen, also aus den blauen Zonen. Und dann steht hier unten drunter, lernen sie von den Ältesten der Welt, wie sie selbst fit und gesund bleiben. Ja, gesund und alt werden die sieben Geheimnisse der 100-Jährigen aus dem Blutzons. Also aus dem Blutzons. Lernen sie von den Ältesten der Welt. Ja, von wann ist der Band? Der Band ist von 2017 in der vierten Auflage und den habe ich hier in der Kindle-App. Und ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. War nicht sehr teuer, so irgendwas um 10 Euro mehr, glaube ich. Niemand gibt das Leben so, wie einer, der alt wird. Ein Zitat von Seneca. Dann haben wir hier den Inhalt, Einleitung, Hintergründe, was wir von den blauen Zonen dieser Welt lernen können. Sieben Schlüsselfaktoren. Ernähren sie sich richtig. Bewegen sie sich ausreichend. 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 Achten sie auf genügend Schlaf. Finden sie Unterstützung ihrer Umgebung. Schlüsselfaktor 5. Suchen sie die Gemeinschaft. Faktor 6. Haben sie einen Sinn und Zweck im Leben. Und 7. Schlüsselfaktor 7. Fühlen sie sich in Sicherheit. Ja, hört sich ja gut an, ne? Dann kommt die Einleitung und so weiter und so weiter. Was haben wir hier am Ende? Ja, was haben wir am Schluss? Das ist also die letzte Seite hier. Bewertungen aus den sozialen Medien. Twitter, Instagram und so weiter. Facebook, Amazon Bewertungen. Ja, dann haben wir Literaturtipps hier, nehme ich mal an. Und die sind alle schön mit den Links hervorgehoben. Auch zu Studien und so weiter. Das ist so, dass man die sofort anklicken kann. Oder auch zu YouTube-Videos. Das ist doch schon mal gut. Ja, wie viele Seiten hat der? Also hier, das ist jetzt hier Seite 128, 136. Das ist, glaube ich, die letzte Seite hier. Check die letzte. Ja, auf Seite 127, 128. Ja, okay, das war's dann von hier. Ja, gut. oskunst. Vielen Dank.